Wenn man bedenkt, wie ich damals hier total pleite aufgekreuzt bin. Und jetzt sind paar Nichten und da geht Juppe das. Ihr wisst gar nicht, wie oft ich damals gedacht habe. Warum verschwinden die nicht wieder? Da glaubt man, einen Menschen zu kennen. Und plötzlich muss man feststellen, dass da nichts weiter ist als ein Lüge und Betrug. Verrückt! Hannah. Was ist los? Du musst alleine gehen. Mein Schloss ist hier. In your soul Losing control Forbidden love Goes straight to your heart Was soll das werden? Ein Verhör? Nein, natürlich nicht. Ich frag mich nur, warum du ihm nicht einfach sagst, dass wir uns hier treffen. Ich hatte gerade keine Lust, ihm zu sagen, wo ich bin. Na und? Schiebst du dann immer deinen Steuerberater vor? Mein Gott, es hatte Walter wirklich nichts zu sagen. Sorry. Ich hab mich einfach nur gefragt... Egal. Ciao. Was? Wer dahinter steckt? Tut mir leid Carla, ich steh immer noch nicht auf Frauen. Hannah, als ich gestern Abend bei dir war. Ich könnte schwören, da hast du nicht an Lars gedacht. An überhaupt keinen Mann. Stimmt's? Ja, aber... Wieso denn auf einmal? Wir wollten doch zusammenbleiben. Das können wir ja. Auch wenn ich nicht mitkomme. Nico, das ist dein Zuhause und nicht meins. Außerdem fühle ich mich hier einfach wohl. Bist du jetzt sauer auf mich? Nein. Oh Mann, das kommt jetzt noch so plötzlich. Das ist mir auch erst jetzt klar geworden. Du kommst mich aber sofort besuchen, ja? Ja, klar. Und du? Du erinnerst sie da dran, ja? Nicht, dass sie mich auf dem blöden Schloss versauern lässt. Passt du gut auf ihn auf? Du würdest ihn wirklich hier lassen? Ja. Sozusagen als... lebendiges Andenken. Bist du dir sicher? Brotus wird dir ganz schön fehlen. Ja, ich weiß. Aber ich glaube, die würden da alle ganz schön komisch gucken und das will ich ihm nicht antun. Dabei ist er so süß! Siehst du? Sogar Elisabeth hat dich schon ins Herz geschlossen. Ja, dann... Mach's gut. Stelle ich nunmehr fest, dass die Frist zur Anfechtung des Ersten Testamentes abgelaufen ist. Insofern ist dieses Testament ab sofort als rechtsgültig anzusehen. Lassen Sie sich nicht stören. Oder hast du was dagegen? Kommen wir also zur Vollstreckung des Testaments. Sie haben das Ihnen zugedachte Vermächtnis, einem Band mit Rilke Gedichten, bereits erhalten. Heißen Dank. Sie und Ihre Schwester hingegen erhalten die Anteile der verstorbenen Beatrice von Beinbach an der Firma Beinbach Almedia und halten damit ab sofort die Mehrheit. Der letzte Wille der Erblasserin ist hiermit vollstreckt. Darf ich Ihnen noch etwas bringen? Nein, danke. Wäre es denn wirklich so schlimm, wenn du auch was für mich empfinden würdest? Das tue ich aber nicht. Und wieso regst du dich dann so auf? Es nervt mich einfach, dass du nicht locker lässt. Ich stehe nicht auf Frauen. Das habe ich mir auch lange eingeredet. Carla, finde dich damit ab. Und bagger nicht ständig an mir rum, ja? Bitte? Ja, ich meine, warum hast du ihm denn nicht gesagt, dass wir uns hier treffen? Ja, wieso sollte ich denn? Er ist dein Freund. Du hast es ihm genauso verschwiegen. Weil du mich bekehren willst. Vielleicht ist das gar nicht mehr nötig. Siehst du, du versuchst es schon wieder. Also auf diese Art von Freundschaft habe ich echt keine Lust. Sag mal, Vanessa, ist dir schon mal aufgefallen, dass sich so ein Kühlschrank nicht von alleine auffüllt? Andi, lass sie. Tut mir leid, aber ich kann mich nicht den ganzen Tag von Eiscreme ernähren. Ich brauche mal wieder was Richtiges. Was? Den ganzen Tag ernährst du dich von unseren Sachen. Ich finde das absolut asozial von dir. Weißt du das? Ich gehe gleich einkaufen. Ja, gleich bin ich weg. Ja? Du kannst stolz auf dich sein. Dad? Von meiner Ehe mit Beatrice ist mir nur ein Buch geblieben. Danke, Vanessa. Das war wirklich ganze Arbeit. Wenn sie es so gewollt hat, was kann ich denn dafür? Natürlich. Du bist ein wahrer Unschuldsengel. Du hast das Testament verbrannt. Weil es gefälscht war. Ich habe das doch nur für dich getan. Und dich vor dir selber zu schützen. Du mich schützen? Was maßt du dir eigentlich an? Ich bin... Alles okay? Es klang nach Stress. Ja, wir haben gerade ziemlich stunk. Ach, lass mich raten. Du hast die Kreditkarte ans Limit gebracht. Wolltest du nicht gehen? Ich bin irgendwie viel zu schwach, um bis zur Tür zu kommen. Vor lauter Hunger. Bis zur nächsten Pommesbude wirst du es ja wohl noch schaffen. Kein Mitleid, ich sehe schon. Was ist passiert? Na, ich... ich wollte meinem Vater helfen, aber... das ist nicht so ganz bei ihm angekommen. Na, alles schon wieder verstaut. Ging aber schnell. Nee, nee, das mache ich später. Ist der für mich? Natürlich. Ich komme schon damit klar. Königsbrunnen ist nicht Mexiko. Ja, irgendwer muss ja auch hier für ein bisschen Chaos sorgen, hm? Ob ich das so gut kann wie Nico, wage ich zu bezweifeln. Naja, Hauptsache ihr geht's gut auf dem Schloss. Meins wäre es jedenfalls nicht. Ja, dein Vater ist ja auch kein Graf. Richtig. Und deswegen habe ich da auch nichts verloren. Außerdem geht's hier ein bisschen lockerer zu. Und außerdem hast du hier jetzt dein eigenes Zimmer, genau wie Nico. Nur mit Dienstmädchen und Paddler. Da können wir nicht hin. Das würde mich auch richtig nerven, wenn den ganzen Tag jemand um mich rumwuseln würde. Nikos Ding ist das auch nicht. Hallo Nico. Herzlich willkommen auf Königsbrunn. Nikola wird ab heute auf Königsbrunn wohnen. Einige von Ihnen kennen Sie ja bereits. Ich hoffe, wir haben die Kleine immer gut behandelt. Tja, das wär's dann fürs Erste. Zeigen Sie meiner Tochter bitte ihr Zimmer. Darf ich vorgehen? Ja, wäre super. Ist ja wohl nicht das gleiche Zimmer wie beim letzten Mal. Gewiss nicht. Ah, da ist ja unser Rilke-Freund. Übrigens, hat Herr Schneider dir schon die Enthebung von deinem Geschäftsführerposten zugestellt? Na komm, komm. Da hat ja wohl der Aufsichtsrat auch noch einen Würstchen mitzureden. Na, der hat bereits zugestimmt. Ach und Bernd, da ist noch was. Räum doch bitte dein Zimmer. Wollt ihr mich jetzt in ein Gästezimmer stecken? Nein, nein, das Gästezimmer ist für Gäste. Pack endlich deine Sachen und verschwinde. Beatrice war meine Frau. Und deswegen ist es immer noch mein Haus. Das ist Irrtum. Das einzig, was dir hier gehört, ist der Rilke-Band. Wer jetzt kein Haus hat, baut sich keines mehr. Wer jetzt allein ist... Na komm, da steh. Komm. Ich bleibe. Boah, ist das alles mega alt. Was dir siehst, stammt aus dem 17. Jahrhundert. Die Grundmauern sind aus dem 14., also das, das würde ich als arg bezeichnen. Ah, ja. Wir denken hier in sehr langen Zeiträumen. Dafür bist du aber ganz schön schnell ungeduldig, wenn da ein Thema in dich kommt. Carla. Ja, du wolltest doch hier sein, wenn Nico kommt. Tut mir leid, aber ich hatte noch einen Termin. Hallo, Nicola. Nico. Bitte? Ja, so heiße ich. Ach so. Ja gut, dann vielleicht bis zum Abendessen. Bis zum Abendessen. Na, die freut sich ja, dass ich hier bin. Carla ist im Moment sehr angespannt. Du darfst es nicht auf dich beziehen. Es geht also um Haus Friedensbruch. Wie immer sie das nennen, jedenfalls weigert sich Herr von Beinbach unser Haus zu verlassen. Die beiden sind komplett übergeschnappt. Das ist das Haus meiner verstorbenen Frau. Ich habe jedes Recht hier zu sein. Nicht ganz. Beatrice von Beinbach war meine... Ach. Jedenfalls hat sie mir und meiner Schwester alles hinterlassen. Dabei ging er leider leer aus. Also es tut mir leid, dass man Sie mit so etwas belästigt. Kommen Sie, ich bring Sie zur Tür. Sekunde. Wenn Ihr Neffe der Hauseigentümer ist, hat er tatsächlich das Recht dazu. Und natürlich mit einer angemessenen Frist. Haben Sie einen rechtsgültigen Mietvertrag? Mietvertrag? Sollte das ein Witz sein? Also nicht. Also ich bleibe. Wenn irgendjemand was dagegen hat, dann kann er sich gern mit meinem Anwalt auseinandersetzen. Wovon will er den eigentlich bezahlen? Sollte das ein Witz sein. Haben Sie das gehört? Das lasse ich nicht mit mir machen! Sieht aus wie Randale, oder? Entweder Sie beruhigen sich jetzt. Oder wir müssen Sie auffordern, das Haus zu verlassen. Damit kommt Ihr nicht durch. Ihr hört es von meinem Anwalt. Hast du denn schon einen gefunden, der auf Kreditarbeit hat? Dieser kleine Scheiße! Ach, Sie ist nicht anders wollen. Sie packen jetzt Ihre Sachen und verlassen das Haus. Sonst gibt es eine Anzeige wegen Hausfriedensburg. Ich bin wohl komplett übergeschnappt, hä! Komm komm! Das nehme ich los! Ich mache euch fertig, ihr Erbschleiter! Na, los, los! Entschuldigt bitte, ich habe die Zeit vergessen Offensichtlich Danke Wo ist eigentlich deine Zwillingsschwester? Du hattest doch extra angerufen, um zu fragen, ob sie mitkommen möchte Ähm, ja... Die hatte sich im letzten Moment anders überlegt Ich weiß auch nicht wieso, aber wahrscheinlich wäre das sowieso zu steif Ich glaube, ihr gefällt es einfach ziemlich gut bei unserem Onkel Das verstehe ich, ein sehr sympathischer Mann Ja, man kann es mit ihm auch sein Wirst du denn ohne Jana zurechtkommen? Ich meine, du hängst doch sehr an mir Äh, ja... Eigentlich wollten wir uns ja auch nicht mehr trennen Sie war in einer Pflegefamilie und ich im Heim Aber nachdem Arno dann das Sorgerecht übernommen hat, waren wir wieder eine richtige Familie Jedenfalls dachte ich das Also Jana kann dich jederzeit besuchen, ich hoffe, das ist selbstverständlich Auch die Brandner und deinen Bruder natürlich Danke Kann ich denn auch mal eine Party feiern und Freunde einladen? Nico, das ist hier dein Zuhause Und du kannst selbstverständlich einladen, wen du möchtest Wenn du eine Party feiern willst, dann lass uns darüber reden Frau Keppler kümmert sich dann um alles Cool Ja, deine Freunde werden das Ambiente sicher zu schätzen wissen Vor allem, da unser Vater ja schon immer offen war für Teenager-Partys So, ihr beiden Turteltaum Nicht lange schnacken, Kopf in der Nacht Und durch die Kehle kalt rinnen muss das Alter Robin, bist du fit? Ja, man tut, was man kann Ach komm, das wird schon gut gehen Bei so einem Marathon kommt sowieso mehr auf die Konditionen an, als auf die Ästhetik Was soll denn das jetzt heißen? Weißt du, Dank Alexa, bin ich jetzt fast so gut wie der junge Fred Astaire Und wie war dein Tag? Ja, relativ ruhig, und bei dir? Relativ furchtbar Hm? Ja, du warst nicht da, ich hab dich schrecklich vermisst Ach ja Ja Schade, dass wir im Moment so wenig Zeit füreinander haben Aber im Moment geht's doch eigentlich, oder? Trotzdem, wir könnten mal wieder ein bisschen für uns alleine sein Ein paar Tage raus hier, faulen, fliegen, essen gehen und so weiter Ja, klingt gut Ja, das ist auch so, und du hast auch noch jede Menge Urlaub Und Überstunden Ja Gut, was mach mal? Hat's dir nicht geschmeckt? Ach doch, ich... ich war nur schon ziemlich satt Ja, wovon? Die Schnecken hast du auch fast nicht angerührt Ja gut, also... ich kann mir wirklich was Besseres vorstellen als Schnecken und Rehkeule Zum Beispiel? Ja, so ein richtig geiler Hamburger wäre nicht schlecht Mit Zwiebelringen, Tomaten und allem drum und dran halt Aber ich glaube, die in der Küche kriegen einen Anfall, oder? Nein, bei unseren Barbecues im Park gibt es auch alles Mögliche Vielleicht sollten wir Hamburger einfach mal auf den Speisezettel setzen Noch ein bisschen Obst oder eine Nachspeise? Ne, danke. Ich muss sowieso noch auspacken Frau Kepler hat jemand für dich eingeteilt, die das für dich erledigt Ja klar, und nachher wird mir noch der Schlafanzug angezogen Ne, das mache ich schon selber Wie süß! Graf Lahnstein verordnet seiner Küche Hamburger Vielleicht gibt es in Zukunft auch Cola statt Wein? Ein Hamburger ist auch nichts anderes als ein Beefsteak, Carla Ich bin nur erstaunt über deine Bemühungen Was soll das, Carla? Ich habe mich immer um meine Kinder gekümmert In den Internatsferien, ich erinnere mich Und deshalb will ich mich Nico von Anfang an mehr widmen Na dann, viel Spaß dabei. Du entschuldigst mich bitte. Ich muss noch mal weg Ja, mit dir Angela, ich übernehme das Na, Sie hatten wohl einen harten Tag, was? Was würden das werden, Frau Doktor? Die Psychotour? Ich kümmere mich eben gerne um meine Gäste Ja, dann kümmern Sie sich mal um die anderen Patienten Ich kann mir schon vorstellen, was mit Ihnen los ist Die Erinnerungen an Beatrice werden sicherlich immer wieder übermächtig Ich kann das so gut verstehen Ich leide selbst noch so unter ihrem Tod Tja, mein Beileid, ich habe ganz andere Probleme Ich bin heute betrogen worden Und zwar um alles Und das ist er bis futsch Ich verstehe nicht Tja, da sind wir ja schon zwei Beatrice war meine Frau, ich habe nichts bekommen Ach doch So ein Band vom Rilke Aber sonst keinen Cent Haben sich alles Silvia und Felix unter den Nagel gerissen Oh, das... Kann ich noch einen haben? Das tut mir sehr leid Tja, dann hat mich mein Neffe auch noch aus der Firma geworfen Und aus meinem Haus Bitte? Ist lustig, was? Und wissen Sie, wem ich das alles zu verdanken habe? Wem denn? Es geht Sie in Dreck an Wo wollen Sie denn jetzt hin? Haben Sie ein Hotel? Tja, ja, ich habe das Grauhotel Na gut, dann lasse ich Ihnen ein Taxi rufen Ist nicht nötig Ich habe noch ein Date Entschuldigung Euer Nachschub Ja, perfektes Timing Danke Dankeschön Dann auf uns Ich würde sagen, wir fahren am besten über Antwerpen Und dann nach Brücke Das sind circa, naja, in etwa vier Stunden Auf Wiedersehen Tschüss Das war nicht nett, einfach aufzulegen Das, was du mir gesagt hast, auch nicht Ach, war ich unfreundlich zu meiner kleinen Tochter, hm? Lass uns das morgen bereden, ja? Du rufst dich jetzt besser aus Sag mal Was habe ich dir eigentlich getan? Wieso? Du hast immer alles bekommen Ich war immer für dich da Und dann stößt du mir ein Dolch in den Rücken Wieso? Ich wollte doch nur nicht, dass du ins Gefängnis kommst Diese Urkundenfälschung Das... das wäre bestimmt aufgeflogen Und was, wenn nicht? Dann wäre es trotzdem falsch gewesen Sowas... sowas tut man nicht Tut man nicht, tut man nicht Wer entscheidet das? Du vielleicht? Warum kannst du nicht verstehen, dass es falsch war? Beatrice war meine Frau Mir hätte das Erbe zugestanden Stattdessen kassiert jetzt Felix ab Und er ist doch nicht mal ihr Sohn Dafür kann ich doch nichts Im Posten bin ich auch los Und mein Haus Die Polizei hat mich rausgeworfen Wie einen dreckigen Penner Ich wollte doch nur nicht, dass du einen Fehler machst Danke Danke Vielen Dank Du bist wirklich eine Tochter, wie man sie sich wünscht Bitte, Dad, hör auf! Komm, jetzt... jetzt geh lieber Ich geh, wenn ich mit dir fertig bin! Und keine Sekunde früher! Komm, jetzt Confine! Wir gehen! Untertitelung. BR 2018 Schmeckt dir nicht, oder was? Sorry, Brutus, aber du musst dich einfach daran gewöhnen, dass ich dich jetzt fütter. Hey, wie ist es denn auf deinem Schloss? Ganz okay. Und hast du ein schönes Zimmer? Ja, aber es ist alles noch ein bisschen hotelmäßig. Das werde ich noch umstylen. Und bei dir? Ich fütter gerade Brutus. Ich glaube, der ist beleidigt, dass er nicht mit durfte. Zumindest hat er keinen Hunger. Mir geht das genauso. Es gab Schnecken und Rehkeule. Warum hast du keinen Pizzaservice angerufen? Ja, da würden die, glaube ich, alle ganz schön blöd gucken. Aber ich glaube, selbst die würden sie mir hinterher tragen. Das ist noch etwas gewöhnungsbedürftig. Wieso? Ist doch praktisch, wenn du dich nicht um alles kümmern musst. Ja, es hat alles so seine Vor- und Nachteile. Aber ich zeig dir alles, wenn du mich besuchst, okay? Auf jeden Fall. Dann, ähm, mach's gut und gute Nacht. Ja, du auch. Gute Nacht. Ciao. Woher hast du denn diese Falschheit? Früher hättest du sowas nicht gemacht. Du sollst jetzt wirklich gehen. Ich bin heute schon zweimal rausgeflogen. Nochmal, passiert mir das nicht? Ist das klar? Dann gehe ich eben. Lass mich los. Komm, Kinders, mach dir immer keinen Stress. Ich hatte echt einen super-nötigen Tag, ja? Verzieh dich. Wir haben ja was zu diskutieren. Entschuldige mal, draußen hängt ein Schild. Da steht mein Name drauf. Ich wohne hier, okay? Komm, Dad, ich muss jetzt... Ich hab doch gesagt, ich lass mich nicht noch mal rauswerfen und schon gar nicht von so einem Penner wie dem da. Also. Was hast du gesagt? Komm, lass uns auf dein Zimmer gehen. Der Kerl stinkt mir. Raus. Von so einem Husscheiße wie dir. Da lass ich mir gar nichts sagen. Und so geht es weiter. Beim letzten Mal habe ich sie vielleicht etwas überrumptet, ich weiß nicht... Johannes, ich ahne, was sie für mich empfinden. Und ich mag sie wirklich sehr gern, aber ich kann mir keine tiefergehende Beziehung vorstellen. Das fehlen mir noch die Jungs. Ja, das fehlt noch, dass die den Start verpassen. Das fehlt noch nicht. Das ist das. Untertitelung. BR 2018